Meine beste Freundin, und sie rief an, hast du die Bilder am Fernsehen gesehen? Also es war schon, also haben wir beide geheult, erst mal, weil es halt sehr emotional war und natürlich sind da auch Ängste dabei, also das war, aber in dem Moment war das nur erst mal Glück, ich konnte meine Freundin wieder sehen, nachdem dann die Mauer auf war und kamen dann schon auch Existenzsachen hoch, ja, wo wird mein Platz in diesem Gesamtdeutschland sein, was erwartet mein Sohn? Ich hatte gute körperliche Voraussetzungen, ich war sehr schnell und ich hatte ein Riesentalent und das habe ich ja nach der Wende auch zeigen können und natürlich sagt man, ja, sie haben profitiert vielleicht von dem DDR-System, natürlich hat man profitiert von dem DDR-System, ich bin da groß geworden, aber das lag sicherlich daran, dass ich auch gute Trainer hatte, dass ich eine gute Technik hatte, eine gute Basis.